Du kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern ein Internat. Es ist eine Burg. Ganz alt. Richtig abenteuerlich. Sie heißt Burg Schreckenstein. Das ist ihr neues Zuhause, Stefan. Hey, wer ist das denn? Hallo Stefan, herzlich willkommen. Machst du hier mit? Er ist kein Schreckensteiner. Dann hilf ihm einer zu werden. Bist du bereit, ein wahres Schreckensteiner zu werden? Wir sollten Rosenfelserinnen einen Streich spielen. Das sind die Mädchen aus dem Mitenat unten am See. Vor allem behaupten sie, dass der See zu Schloss Rosenfels gehört. So was? Tschüss. Gibt es Krieg? Nur Rache. Macht sie fertig. Möge die Nacht mit euch sein. Wer war das? Ein Huhn. Die sind jetzt zu weit gegangen. Das kriegen sie richtig zurück. Ketchup in unseren Schuhen. Apfelmittel ins Trinkwasser. Diese Schweine. Hey, was macht ihr denn hier? Ist das hier üblich? Nicht in den letzten zwei Jahrhunderten. Das war eine rhetorische Frage. Was ist eigentlich eine rhetorische Frage? Wahrscheinlich etwas speziell weibliches. Wir sind recht auf dieser Welt. Schreck, streif, 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 streif. So zu sein, wie es in der Welt ist. Keine dämlichen Streichel mehr. Nein. 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 Was geht ab?